Hallo und herzlich willkommen zu den Tabletop-Krotz Neuburg. Hallo. Diesmal ist der Stefan da und ich, der Domi, unser verlorenes Kind. Ja, unser Gewinnspiel ist rum, das kann man sagen, es haben einige mitgemacht und heute wird es Zeit, man erkennt es schon an dieser Salatschüssel, es wird verlost. Genau, wir haben alle Namen auf Instagram und Youtube zusammengeschrieben, in diese Box rein, wir schütteln das jetzt und mischen das ein bisschen, es ist alles undurchsichtig. Ja, man kann nichts lesen, wollte ich damit sagen. Ja, es ist total undurchsichtig. Vorab nochmal vielen Dank an Rooster Model und auch an McNerd, die die Preise gestiftet haben. Wir fangen von hinten an, das heißt wir werden erst Platz 4 verlosen, dann Platz 3, Platz 2 und Salon, Platz 1. Schütteln, 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 schütteln mal so, dass man auch sieht, dass du schüttelst. Also er schüttelt, also schütteln kann er, oder? Nein, das habe ich gelernt. Ja, super. Ich glaube es reicht, oder? Okay. Wir haben alles gefaltet, da ist alles drin, man sieht es, gut und wir haben bei diversen Promis, C-Promis, D-Promis, Inselaffen von Love Island und so anfangen gestellt, ob jemand hier ziehen wollte. Das wollte keiner. Deswegen machen wir das einfach. Machen wir das. Genau, wir machen das jetzt einfach. Also, machst du den ersten? Soll ich? Platz 4, komm, Platz 4 machst du. Platz 4 war ich. Platz 4 machst du. Okay. Komm, mach mal die Augen zu. Es waren ein paar abgefahrene Nicks dabei. Also, ich habe hier jemanden, Platz 4. Platz 4 ist? Auf Instagram. Wen wundert es? Achso. Wen wundert es? Lieber Lisa, herzlichen Glückwunsch auf ein T-Shirt und eine Würfelmatte machen sich auf den Weg zu dir. Man muss dazu sagen, Lisa, du hast ganz tapfer bei allem, was wir bis jetzt verscheppert haben, mitgemacht und du hast auch jedes Mal was gewonnen. Auch dieses Mal herzlichen Glückwunsch. Es war mir eigentlich schon fast sonnenklar, ich mache hier mal die 4 hin. Ich habe gesehen, Lisa, du hast auch bei YouTube mitgemacht, das ist nämlich hier, wie man sieht, Instagram, wenn du jetzt für einen anderen Preis, also 3, 2 oder 1 nochmal gezogen werden solltest, kriegst du das geilere Teil und wir verlosen das T-Shirt neu. Okay. Dann machst du. Die 3. Wolltest du nochmal schütteln, weil vielleicht habe ich nicht gescheit geschüttelt. Vielleicht bist du ein schlechter Schüttler. Okay, ich habe auch jemanden. Schauen wir mal. Und es ist mal wieder Instagram. Und es ist doncanalier226. Noch nicht so. 2226. Herrschaft Zeiten. Alles klar. Das Zeug von Rooster Model befindet sich quasi schon auf dem Weg zu dir, wenn du uns deine Adresse mitteilst. Dazu sagen wir dann am Ende des Videos noch was, weil für alles ist, müssen wir das jetzt viermal wiederholen. Richtig. Gleiches gilt für dich wie für Lisa, solltest du auf YouTube nochmal mitgemacht haben und dein Name nochmal gezogen werden, kriegst du das geilere Teil und das Zeug von Rooster Model wird weiter verlost. Das ist die Lootbox. Das ist die Lootbox. Und diesmal hat jemand von YouTube gewonnen. Und zwar Synco2GER. Herzlichen Glückwunsch. Eine Lootbox von MacNerd im Wert von mindestens 80 Euro macht sich auf den Weg zu dir. Ja. Ja. Geiles Teil. Kleines Anliegen, wenn du das Ding aufmachst, wir haben es immer noch nicht aufgemacht und es brennt mir unter den Nägeln. Ich will wissen, was da drin war. Schick uns bitte ein Foto. Ja. Solltest du allerdings Platz 1 machen, weil sowas ähnliches hat glaube ich auf Instagram auch mitgemacht. Dann kriegst du Platz 1 und die Lootbox wird neu verlost. Alles klar. So. Dann haben wir noch die... Oh, da ist einer rausgefallen. Der ist wieder drin. Und the last but not least. Ein bisschen die Spannungsbogen aufbauen hier. Damit es kleben bleibt. Damit mir das wieder reinfällt. Reibung erzeugt Wärme. Wird schon ganz warm. So. Und dann gucken wir mal. Und Ene Mene Miste. Das ist unsere Nummer 1. Und hier haben wir wieder ein Instagram los. Und zwar Clemens Ruder. Herzlichen Glückwunsch. Ab dir gehört ab heute ein Bild des Imperators auf einem schönen Holztäfelchen. Gut. Damit sind wir durch. Damit sind wir durch. Sobald das Video öffentlich ist, habt ihr eine Woche lang Zeit, damit ihr euch bei uns meldet. Für die Adresse. Könnt ihr uns einfach per Instagram, YouTube oder Facebook eine Nachricht schreiben. Richtig. Also am sinnvollsten. Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle. Aber am sinnvollsten ist es, dass die Leute bei Instagram mir einfach kurze Nachricht schreiben. Mit ihrer Instagram Nummer. Mit ihrem Namen. Mit ihrer Adresse. Sobald ich das habe, macht sich das Ding auf den Weg. Ne? Genau. Was man dazu sagen muss, meldet ihr euch innerhalb einer Woche nicht. Also geplant ist, dass das Video Freitag 18 Uhr online geht. Das heißt, ihr habt bis nächste Woche Freitag. Was ist denn morgen? Der vierte oder? Der dritte? Der dritte oder der vierte? September ist es. Also damit ihr das wisst, geht das Video um 18 Uhr online. Ihr könnt es also dann sehen. Also quasi jetzt. Genau. Dann habt ihr bis zum 10. oder 11. Ich weiß nicht, was keiner nächste Woche ist. Ich auch nicht. Aber bis dahin habt ihr auf jeden Fall Zeit, dass ihr euch bei uns meldet. Ist egal. Wer sich nicht meldet, und das sage ich ausdrücklich, wer sich nicht meldet, hat Pech gehabt, weil dann kommt die Salatschüssel wieder zum Einsatz und sein Preis wird neu verlost. Falls sich jemand im Urlaub befindet oder sowas. So long. Es tut mir echt leid. Aber wir werden das nicht ewig aufheben. Nächsten Freitag 18 Uhr ist es rum. Samstag wird die ganze Schose neu verlost. Alles was nicht rausgeht. Die Namen, das werden wir nicht mehr öffentlich machen. Die Namen werden dann einfach per Instagram kurz mitgeteilt. Ja, das war's eigentlich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sorry Leute, das tut mir leid. Das darf uns keiner verklagen. Das sage ich jetzt hier nochmal ganz öffentlich. Das darf keiner. Das darf keiner verboten. Wenn irgendjemand hier seinen Preis nicht erreichen sollte oder sich auch hier irgendjemand unfair behandelt vorkommen sollte, aus was für einem Grund auch immer. Gottes Tiergarten ist groß, dann tut es mir recht schrecklich leid. Ich bedanke mich. Wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben. Und vor allem wollen wir uns bei unserem Club eigentlich bedanken, oder? Ja, dass alle auch so herzlich gespendet haben. Das haben wir am Anfang ganz vergessen. Das haben wir im ersten Video auch gesagt, aber da hatte einer von uns beiden keine Zeit. Ich weiß nicht, was war's. Ich glaub der Tobi, oder? Ja, ich glaub auch der Tobi war's. Tobi schuld. Tobi, im Zweifelsfall ist ja mal Tobi schuld. Nichtsdestotrotz, Leute, nochmal vielen Dank an die Tabletop-Kreuz, nochmal an unsere Spender, die unsere Preise gespendet haben. Ich kann's nur nochmal sagen, das ist einmal Rooster-Model, die wirklich geiles Geländezeug auch machen und alles mögliche andere auch noch, was man zum Spielen braucht. Und natürlich MacNerd, der einen mit sämtlichen Nerdstuff versorgt, der Name ist Programm, ja, das man so braucht im Tabletop-Universum. Ihr findet die Links auch dann in der Beschreibung. Definitiv. Die werden wir euch nochmal verlinken, damit ihr wisst, wohin. Definitiv. Und wir an dieser Stelle, es ist Abend, uns reicht's, wir haben beide Hunger, wir sind beide keine Kostverächter und jetzt wird's Zeit, was zu essen, deswegen macht es gut. Also in diesem Sinne. In diesem Sinne. Auf Wiedersehen. Servus. Ciao.